Hallo, heute komme ich mal von einer anderen Seite. Willkommen hier im Stars Fitness. Mein Name ist Lucia und was ich heute mit euch vorhabe, ist das kleine Fit x1. Für alle, die gut im Kopfrechnen sind, kein Problem. Ich werde euch dabei unterstützen und für alle, die fit in den Armen, in den Beinen, im Bauch, im Popo und überall sind, dann helft mir bitte die große Gleichung 1x1, 2x2 oder wie auch immer gemeinsam zu bewältigen. Was wir heute brauchen, ist eben etwas, was als Handlersatz dient. Ich habe wieder zwei Wasserflaschen mitgenommen, möglicherweise ein Kissen, ein Polster, damit die auch auf dem Boden rutschend etwas machen können. Eine Matte natürlich ist ganz hilfreich und ja, ich habe meine zweite Matte zusammengerollt, weil möglicherweise brauchen wir etwas, um unser Standbein ein bisschen höher zu stehen. Ja, vielleicht holst du dir die Sachen noch schnell vorbei, stoppst das Video ganz kurz und dann können wir schon losstarten. In einer kleinen Grätsche, beide Arme langsam nach oben, leicht abgewinkelt, offene Handflächen und wir strecken uns immer so richtig heraus, öffnen deinen Brustkorb und atmen tief ein. Ein, aus, auf, nach, immer ganz leicht innen halten und die Arme ziehen nach hinten, bis du deinen kleinen Widerstand im Rücken spürst. Und einmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal und dann bleiben die Arme kurz oben und wir ziehen abwechselnd ein Bein nach oben. Und machen dabei den Schritt immer sauber zur Seite und ein- und ausatmen. Eine Kombination Arme und Beine dient noch zum Aufwärmen, das heißt die Beine müssen noch nicht so ganz weit nach oben kommen. Sanft absetzen, der Schritt bleibt groß, naja, kommt der Körper mal nach links, mal nach rechts. Und noch vier, noch drei, noch zwei und dann wieder nur die Arme und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, den Oberkörper leicht nach vor geneigt, Gewicht auf die Fersen, Bauch und Arme nach innen und zieh nochmal die Arme nach oben und jetzt ganz leicht die Arme weiter aufmachen. Noch gebeugt lassen, die Arme seien jetzt zur Seite, stark in den Schultern, wir öffnen den Brustkorb weiter hin und aktivieren die Rückenmuskulatur um den Schulterblättern herum. Noch vier Mal, nur die Arme, dreimal, zweimal. Und jetzt gemeinsam wieder mit einem Bein und in der Mitte, nicht vergesst, die Beine bleiben wollen. Absetzen, Seine Beine schwebt nach oben und halten. Wir haben es schön zur Seite gezien, sauber landen. Gut, acht Mal, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und wir bleiben nur die Arme ein bisschen flotter und dann wieder die Arme nach vor und dann legt eine Hand auf die andere. Wir ziehen die Hände nur noch bis Kopfhöhe hoch, gehen dafür mit dem Popo ein bisschen tiefer. Die Knie bleiben über dem Sprunggelenk. Hochziehen, Bauch, Nabel bleibt innen. Drei, zwei und nochmal vier. Drei, zwei und jetzt wieder in Kombination. Das Bein nach vor, einmal die Arme, Kick nach vor, einmal die Arme, Kick nach vor, einmal die Arme. Genau. Ja, die Zwischenarme halten uns in der Balance. Können wir gut absetzen. Und der Kick ist ganz klein und schnell, das Bein wieder zurückziehen. Sehr gut. Gut. Hoch das Bein, tief gesäßt. Arme locker mitnehmen. Hopp, 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 hopp und nochmal hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp und viermal noch. Vier, drei, zwei und wir bleiben in der Hoppe die Arme. Wieder aufmachen. Immer die gleiche Bewegung. Noch einmal zur Seite und dann langsam die Arme nach hinten pushen. Handfläche zeigen nach hinten, wir sind noch leichter vorgehalten. Und dann, wir sehen es, schiebt wieder zurück. Bauchnabel nach innen gerichtet. Und wir pressen mit dem Trizeps, mit dem Schultergürtel, die Arme fest. Und acht, sieben. Mach es nicht zu schnell, sondern wirklich achtsam, so als würdest du mitgebracht. Geballt mit einer großen Anstrengung in die Wicht nach hinten schieben. Für vier, für drei, für zwei. Und jetzt verbinden wir wieder. Hoch die Arme, zurück das Bein, hoch die Arme, jetzt mit ein bisschen mehr Schwung. Hopp, Arme, hopp, das Bein, Arme. So leicht diagonal das Bein, nicht ganz gerade nach hinten. Und in der Mitte wieder. Abbinden. Hopp, down. Hopp, down. Und wenn das Bein diagonal ist, ist es nicht nur das Gesäß beteiligt, sondern auch ein bisschen was vom Hüftspäck. Gut. Zurück. Ah, wir sind Kontaktgeber. Die Tauchen an. Die Tauchen an. Und weiter geht's. Jawohl. Gut. Hopp. 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 Aus dem Korb raufziehen. Und viermal noch. Hopp. Einmal. Hopp. Zweimal. Hopp. Letztes Mal. Hopp. Und wir bleiben die Arme locker schwingen lassen. Handfragen, Zehngel zueinander. Zehenspitzen ein bisschen auseinander bringen. Und wir flächeln uns das erste Mal für heute. Luft zu aktivieren dabei gleichzeitig. Und... So, den Bizeps im Arm. Die Grinchie sind noch nicht zu groß, aber wir achten trotzdem drauf, dass die Knie nach außen zeigen. Also nicht nach innen fallen lassen, sondern schön nach Außenspannung im inneren Oberschenkel. Und noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und wir verbinden das Bein seitlich hoch. Arme. Seitlich hoch. Arme. Seitlich hoch. Arme. Hoch. Und Arme. Deine bleiben ausgedreht. Und du kannst das Knie seitlich schön hochziehen. Jawohl. Gut. Und ab. Ja. Ab. Klein. Groß. Klein. Ab. Down. Ab. Wir sind noch beim einmal eins. Oder sind wir schon beim einmal zwei. Gut. Wir werden verbinden heute Arme und Beine in Kombination. Und gleich werden wir dann ein bisschen Decksportaufgaben machen. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Gleich gerade im Oberkörper. Vier. Drei. Zauber absetzen. Zwei noch. Eins. Und nur die Arme. Oberkörper nach vor. Füße wieder parallel. Und jetzt mach eine Faust. Und mal den Bizeps. Richtung Schulter greifen. Noch dreimal. Zweimal noch. Und dann langsam die Arme tief. Wir greifen bis zum Boden. Mit den Beinen ein bisschen weiter auseinander. Zehspitzen sein ganz leicht nach innen. Und wir schieben unseren Oberkörper mal nach links, mal nach rechts. Dabei beugt und streckt immer ein Bein. Die Hände sind entweder flach vom Boden. Oder mit den Füße. Wir gehen ein bisschen weiter. Dass der Oberkörper immer passt bis zum angedinkelten Beinkopf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und dann bleib mit dem Bein gebeugt aus der rechten Seite. Dreh dich einmal um. Richte den Oberkörper auf. Wir lassen das hintere Bein sanft durchgestreckt. Das vollere Bein ist etwas weiter, als wir normal gewohnt sind. Und dann geh langsam tief hoch. Langsam tief hoch. Die Arme kommen zur Seite. Als kleine Balanceunterstützung. Wir haben heute einen sehr weiten Lange. Vielleicht musst du ein bisschen nachsetzen mit den Füßen. Und wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Und dann flexeln. Und dann flexeln, Freunde. Deine Hände für die Handgelenke. Und jetzt spürst du beim hinteren Bein den Hüftbein. Und wir wollen gestrecken. Die Arme sind ganz leicht gestreckt. Angenehm gestreckt. Und noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und dann bleib die Arme nach oben. Wir drehen uns in die große Grätsche. Oberkörper, Arme nach vorn. Und wir bewegen uns das zweite Mal. Leicht beginnen. Und ruhig weiter. Schiebe dich aus den Schultern. In das Bein hinein. Radeln. Und noch vier. Drei. Zwei. Und wir bleiben jetzt am linken Bein. Weiter drehen. Großer Schritt. Arme zur Seite. Bisschen nachziehen. Und wieder tief und hoch. Ja, so weit es geht. Jetzt hinter den Bein beugen. Wieder strecken. Vorne sind wir. Hopp. Hinter den Zehenspitzen. Auf jeden Fall. Und den großen Schritt. So, meine Füße haben wieder. Platz gefunden. Handfläche nochmal. Beugen und strecken. Und dann aktiv das hintere Bein. Beugen. Strecken. Hüftbeugen. Bisschen in die Dehnung mit hinein. In den Oberschenkel. In die Kräftigung. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und wir gehen nochmal zur Mitte. Oberkörper bleibt vorne. Wir wandern das Bein. Ich mache aber einen Schritt nach hinten, damit du mich noch siehst. Kommen wir quasi mit einem breiten Liegestütz. Halten. Die Arme sind schulterbreit geöffnet. Und dann zieh nur das rechte Bein diagonal zum Ellbogen. Und dann haben wir dann das Warm-Up abgeschlossen. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Kurz stehen. Die Hände einrichten. Andere Seite. Linke Bein zum rechten Arm. Züge ganz ziehen. Stabile Körpermitte. Hände. Gut. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam zurückwandern. Und aufwollen. Gut. Erste Runde. Der Schweiß-Kopf-Job. Dann will zumindest. Nimm mal eine Wasserflasche. Oder ich weiß nicht, wo du noch Handeln aufgefallen hast. Wir sind ja ausverkauft, was ich gelesen habe. Dann Wasserflaschen. Gut. Wir sind auslackert. Arme noch verhängen lassen. Und wir beginnen in Schulterbreite, Hüftbreite mit unseren Squats. Gehen runter tief. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Bleib stehen. Das rechte Bein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder das Quart. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Komm hoch das linke Bein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und wieder das Quart. Die Arme seit. Und hoch. Hoch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Die Arme bleiben. Knie hoch. Eins. Zwei. Wir gehen nicht mehr ablegen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder das Quart. Die Arme zuerst zum Oberkörper. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Die Arme bleiben. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Noch eine Runde. Wir gehen tief in den Squat. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Wir bleiben hier. Die Arme noch vor zur Seite. Vor zur Seite. Vor. Seite. Vor. Seite. Acht. Sieben. Sechs. Gut. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Die Arme bleiben hier. Wir gehen tief in den Squat hinunter. Und wir verbinden jetzt Bein und das Squat, indem wir tief hinunter gehen. Und nach vorn. Und die Arme machen das, was sie wollen. Genau. Intuitiv. Lass sie fliegen. Wir haben zuvor das Knie angewinkelt gehabt. Aber fliegende Beine sind viel leichter. Und hoch. Da. Sechs. Da. 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 Ab. Da. Zehenspitzen lang. Noch mal hoch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und zwölf. Die Arme auf die Oberschenkel liegen ein bisschen größer. Die Grenzen ein bisschen tiefer hinein sinken. Ich mach es kurz. Aber wieder Seitenansicht. Wir nehmen den rechten Arm. Der rechte Arm schiebt nach vor. Wir schieben ihn nach hinten. Wir drehen uns nach vor und wieder ranziehen. Gleich mit dem linken Arm. Nach hinten. Zurück. Und absetzen. Rechts. Wir drehen. Wir kommen nach vor. Absetzen. Ich klappe wirklich was in meinen Flaschen. plus die Arme anschetten. Das heißt, meine Arme tun wirklich was. Ich komme für deine auch im Wechsel. Jetzt der Arm ist wieder dran. Nach vor. Der linke Arm. Drei. Gut. Jede Seite noch zweimal. Zur Seite. Absetzen. Und last time. Right side. Gut. Und zurück. Und absetzen. Rücken aufrollen. Und die Beine ganz locker. Bleib mit dem Bein am Boden. Nur ein bisschen das Brot wieder durchwenden lassen. Gut. Wir heben unser rechtes Knie. Leicht überkreuzt. So dass wir jederzeit überkreuzt das Bein absetzen können. Die Arme sind angenehm abgewinkelt. Und wir tippen. Ziehen das Bein zurück. Überkreuzt. Die Arme gehen so leicht diagonal. Gut. Und das Knie muss gar nicht so weit nach oben zurück. Bisschen Koordination. Und achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Stabile Standbein. Drei. Zwei. Die Arme bleiben. Das Bein nach oben. Wir drehen das Bein zur Seite. Genau. Balance halten. Beim zweiten Mal wird es besser gelingen. Und wir halten das Bein so knapp über den Boden. Und dann ganz kleine federnde Bewegungen. Dann bei der Standbein weiter beugen. Und die Arme zur Seite ausstrecken. Handflächenzeiten nach oben. Ganz kleine Bewegung. Blick am besten nach unten. Und du drehst das Bein so, dass die Zehenspitze nach unten zeigt. Äußere Oberschenkel. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Das Bein wieder leicht anheben. Einen Schritt nach vor. Wir gehen tief nach unten. So dass wir mit dem Gesäß nach hinten schieben. Und dann nur die Arme vor-zurück schieben. Schwingen. Genau. Maximal so auf Schulterhöhe kommen. Nicht höher. Und schön halten. Und schön halten. Halten. Acht. Zieh das linke Bein nach oben. Ein bisschen zur Seite. So dass wir auch hier wieder tippen können. Die Arme kommen wieder leicht diagonal nach oben. Let's go. Hoch und tief. Hoch und tief. Ab. Höf und tief. Gemeinsam zieht uns alles nach oben. Gegend auch hoch. Standpunkt ist gut gestreckt. Auffass, dass du nicht den Knie ganz durchdrückst. Damit die Kniekehle nicht überdehnt wird. Und die Arme ziehen nach oben. Nach unten. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die Arme bleiben. Ich hoffe, ich habe jetzt eine bisschen böse Balance. Ja, fast. Arme wieder nach unten. Hände bleiben. Jetzt mit dem Handflächen nach unten. Und wir beugen unser Standbein. Gleich kommt der Oberkörper ein bisschen nach vor. Und wieder zieh. Außenbein nach oben. Gut. Schön weiter nach. Auch wenn die Arme lang werden. Und schwer. Das Bein zieht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Wir ziehen das Bein nach vor. Gehen wieder tief nach unten. Und beide Arme. Locker schwingen. Locker schwingen. In der Brühe kurz halten. Atmen. Hauen. Blick nach vor. Und wieder tief. Sehr schön. Achtmal. Sieben. Ruhig. Atmen. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und dann anheben. Einmal drehen. In die Mitte zurückkommen. Und wir legen unsere Wasserflasche, unsere Hand hier kurz ab. Gehen ein bisschen weiter in die Gretchen hinein. Zehenspitzen zeigen nach außen. Wir schütteln mal kurz unser Becken aus. Nageln, dass ich auch mal kurz auslockern. Ich komme wieder mal ein bisschen zu Atem. Okay. Ich hoffe, es geht euch gut. Bald werden wir uns, glaube ich, wieder sehen. Ich habe schon langsam in der Nase, dass wir bald wieder gemeinsam schützen. Gut. Eine Hand bleibt am Bauch. Die andere liegt am Rücken. Und wir gehen ins Plie. Ganz leicht. So wie wir es hunderttausend Mal schon gemacht haben. Der Oberkörper bleibt gerade. Genau. Gut. Spürt den inneren Oberschenkel. Bauch zieht nach innen. Das Steißbein schiebt so ein bisschen nach vor, damit wir nicht ins Rückkreuz fallen. Und die Schultern sind entspannt. Sehr gut. Gut. Die Beine wissen, was sie tun. Wir öffnen die Arme. Verkeilen unsere Hände, unsere Finger. Und jetzt zieh ganz lang deine Elbungen auseinander. Öffne deine Brustmuskulatur. Und wenn du glaubst, es ist schon genug gezogen, zieh noch ein bisschen weiter. Aktiviere den oberen Körper ab dem Schlüsselbein bis knapp oberhalb des Nabels. Achtmal. Halt die Spannung. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Gibt einen schönen Vorbau. Eine gute Haltung. Noch drei. Zwei. Eins. Und dann kurz die Arme nach oben. Wir lassen die Hände offen. So als würden wir bei einem Bandüberfall sein. Und jetzt gehen wir mit dem rechten Bein und der rechten Ferse zur Mitte zurück und links. Wir wechseln jetzt. Aktiv die Ferse hochdrücken. Und die Arme ziehen mit hoch und tief. Wir nehmen noch einmal dieses Motto Brustkorb und Schultergürtel mit in diese Position, um hier ganz schön kräftig zu werden, ohne jetzt zu viel Muskeln zu bekommen. Und zieh die Ferse hoch. Ganz weit das Knie beugen. Jawohl. Genau. Und atmen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Wir gehen nur nach unten. Nehm beide Fersen ab. Und jetzt zieh dich hoch und geh wieder tief. Beim Hoch kommen die Fersen tief. Beim Tief gehen hoch. Eins. Und hoch. Und lerne, damit wir jetzt nicht viel rechnen. Aber die Füße wollen manchmal nicht. Also zieh dein Gesäß fest an. Und wenn du musst, so wie ich, mach einen kleinen Zwischensprung. Bis du wieder einen guten Halt hast, wie deine Fußnähe. Jetzt. Jetzt geht's. Dann ist der Polen nämlich schon ein bisschen nass. Gut. Schön drückt die Fersen nach oben. Ups. Jawohl. Ich muss mich auch ein bisschen Platz schaffen. Hoch tief. Hoch tief. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Dann bleib hier. Füße parallel. Oberkörper wieder nach vor. Wir wandern wieder in den breiten Liegestütz. Machen die gleiche Übung wie vorhin. Eine Seite. Allerdings kicken wir jetzt zur Seite. Das heißt, kick, ranstellen und immer die gleiche Seite. Und wenn du willst, hebe den Arm ab. Hopp. Du kannst noch die Wasserflaschen, wenn sie im Weg sind, weg tun. Und noch viermal Balance halten. Drei. Zwei. Und kurz halten. Ich tue meine Flaschen lieber weg. Du vielleicht deine auch. Und andere Seite schön in den Oberkörper wie die Arme bringen. Und wir kicken. Wenn du nicht die nachher anheben willst, dann nur das Bein. Sonst gern kurz anheben. Kick. Down. Kick. Down. Gut. Jawohl. Viermal. Drei. Zwei. Eins. Und zurück wandern. Gut. Hände aufstützen. Langsam aufrichten. Machen einen kleinen Kreis. Ausatmen. Gut. Und in die andere Richtung. Kreisen. 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 Und langsam. Aufrichten. Gut. Ich brauche kurz meine Handtuch. Wenn du hast, jetzt etwas wie eine Rolle, du kannst auch zwei feste Pölster nehmen, beispielsweise. Oder du bist in der Nähe von einer Kreppe. Dann nimm doch gleich eine Stufe. Gut. Sollte ähnliches, wenn du eine Rolle hast, nicht auseinander wollen. Deswegen mit einem Band fixieren. Wenn du eine Stufe hast, um zu fressen. Wir steigen mit dem rechten Bein, mit dem linken Bein drauf. Schauen, dass wir die Balance halten. Und dann geh langsam nach unten. Balance halten. Nicht mit den Zehen zu weit nach vorne, mit den Fersen zu weit nach hinten. Wieder aufrichten. Auch hier die Balance kurz halten. Und, ups. Ja, wenn es nicht geht, einfach nochmal absteigen, aufsteigen. Langsam nach unten. Und hoch halten. Volle Konzentration, wie bei einer Schularbeit. Und hoch. Und einmal kurz schummeln. Und langsam. Wieder nach unten. Leber nach oben. Oh, vielleicht ist es sogar ohne Schuhe besser. Und es wird schon, es wird schon, es wird schon. Und noch einmal raufsteigen. Viermal machen wir noch. Und ich mache dann ein paar Liegestützeis. Okay. Nochmal halten. Langsam tief. Und hoch. Langsam tief. Und hoch. Und noch zweimal. Jawohl. Gut. Und langsam down. Und dann steigt mit dem linken Bein nach hinten. Ich gehe kurz in die Diagonale. Der rechte Fuß ist bei mir ganz weit oben. Mit dem hinteren Bein ein bisschen schräg nach außen. Das heißt, nicht jetzt zu stark in der geraden Schriftposition, sondern ein bisschen weiter auseinander. Damit wir hier ganz tief in den Launch hineingehen können. Die Hände sind abgewinkelt. Und wir machen ganz kleine Bewegungen. Ganz kleine Bewegungen mit dem hinteren Bein nach unten. Du musst nicht bis zum Boden kommen. Aber finde das Gefühl im Bein. Das Gefühl in deiner Körpermitte. Und in der Atmung. Fixiere einen Punkt. Bein. In der Ferne. In der Ferne. Und acht Mal noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Dann streckt das Bein. Wir greifen nach unten. Bleib hier kurz mit der Ferse fest nach hinten pressen. Damit du hier auch die Bade kurz dehnen kannst. Dann steig mit dem rechten nach hinten. Mit dem linken nach vor. Aufrichten. Wieder einrichten. In den Fuß. Schau, dass eine unter der Treppe nicht wegrutscht. Hände wieder aufrichten. Bisschen nach unten gehen. Und nach unten gehen. Du spürst sofort das Standfallen nicht mehr ganz festen Bodenkontakt. Wie viel anders sich eine Übung anfühlt. Hundert Mal. Schon ganz kurz gemacht. Mit einer kleinen Irritation muss man sich wieder fest anstrengen. Jawohl. Gut. Acht Mal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wieder kurz halten. Absetzen. Hinteres Bein. Streck nach hinten. Der Ferse fest nach hinten. Und dann mit dem linken Bein dazu. Und wir bleiben jetzt gleich hier. Schau, dass das Gesäß nicht zu weit nach oben kommt. Absenken. Die Hände sind auf deinem Hindernis. Wie ich es jetzt nenne. Und die gehen lang so ein bisschen nach unten. Und wieder hoch. Ja. Schau, dass du mit deinem Oberkörper über die Arme kommst. Und wieder hoch. Dabei schieben die Beine mit nach vor. Und wieder zurück. Bauchnagel ist innen. Und wir gehen nicht weit nach unten. Na, nur so ein bisschen vom Gefühl her. Damit wir das hochdrücken. Aktiv spüren. Ja, aber gut. Schaut's aus? Vier Mal noch? Ja. Da ist die Kamera. Drei Mal noch. Zwei noch. Und kurz halten, halten, halten. Und geschafft. Jetzt den Popo nach oben mit den Beinen. Nach vorwandern. Benehmen, wenn du kannst, deine Halterung. Und legen sie zur Matte. Gut. Ja, es ist Zeit für den Bundteil. Wir gehen langsam nach unten. Zehenspitzen zeigen nach außen. Mit der Hand auf dem Bauch, Hand auf dem Rücken. Und dann die Arme schön zur Seite. Leicht angewinkelt. Offene Finger. Wir gehen beide Fersen an. Und dann geh langsam nach unten. Langsam nach unten. Wir verbinden den Squat. Und wer ist nun wahr? Und alle. Dann bleib dir kurz mit den Händen auf dem Boden. Und schnell die Wasserflaschen herholen. Und dann sanft nach unten setzen. Und ein Bein darf in der Luft bleiben. Der Fuß ist jetzt geflext. Du lehnst dich leicht nach hinten. Ich zeig's kurz vor. Also wirklich schön nach hinten lehnen. Und dann das Bein zu dir in den Nussknacker hoch und tief führen. Du kannst dich auch schon so auf die Matte setzen, wenn du magst. Das erleichtert dann unseren Übergang zu den nächsten Übungen. So dass das Bein gut gestreckt ist. Ja? Von der Hüfte weg bis hinunter zur Ferse. Die Schultern nicht einräumen, sondern den Fußkopf nach vorne. Und ganz kleine Bewegung. Ganz kleine Bewegung. Gefühlt hundertmal. Aber ich glaube, so weit geht unser kleines 1x1 nicht. Wir machen's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich nehme eine Wasserflasche. Dann gib mir das Zeit. Noch einmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sie bleiben. Hier. Ich gebe noch meine Dekopäuser weg. Das Bein bleibt oben. Wir legen uns da auf den Rücken. Schau, dass du mit dem Kopf angenehm liegen kannst. Das andere Bein fest in den Boden hineindrücken. Wir halten beide Oberschenkel. Rechts und links. Dann beugt das Bein. Und dann zieh nur die Unterschenkel einen Kreis. Viermal in die eine Richtung. Und viermal in die andere Richtung. Dann streck das Bein. Leg den Oberkörper ab. Gib Schultern und Kopf. Die Hände weit nach oben. Wenn du gehst, die Wasserflaschen oder deine Hand zur Hilfe nehmen. Und dann rutsch den Oberkörper weit nach oben. Bis hinauf zu deinen Füßen. Genau. Gut. Der untere Rücken bleibt immer am Boden. Wir rollen uns von oben beginnen hinauf. Und den anderen Weg wieder zurück. Hoch. Schön, dass das Kinn sich Richtung Brust bewegt. Damit dein Nacken nicht zu viel tragen muss. Am schweren Gedanken. Und beim acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib oben. Greif über Kreuz zum Oberschenkel. Roll dich langsam auf. Setz das Bein ab. Meine Hand geht wieder weg. Und jetzt kommt das Seitenfall dran. Wieder heranstellen. Fußflex. Und. Kleine Bewegung. So. Ich kann mich eigentlich umdrehen. Damit du immer das Bein Action siehst. Gut. Wieder daran denken. Nicht zu viel nach hinten rollen. Wozu gerade nach oben. Arme sind leicht durchgestreckt. Ja, das ist die richtige Entfernung. Gleichzeitig hast du einen guten Halt. Zehenspitzen ein bisschen weiter heranziehen. Ich sehe also noch weiter weg. Das macht das Bein länger. Und die Übung interessanter. Gut. Jawohl. Langsam wird's. Langsam wird's. Zieh die ersten acht runter. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und langsam zurückrollen. Bis das Bein senkrecht ist. Und wieder das Nachwunsch. Wenn dein Kopf Platz hat. Wir drücken unser Becken hoch. Greifen beide Beine. Winkel das obere Bein ab. Und nur den Unterstrecken kreisen. In die eine Richtung. In die andere Richtung. Und dann das Bein strecken. Langsam absetzen. Wenn du willst wieder zu deinen Gewichten greifen. Und zweite Runde. Hochdrücken. Der Fuß ist das Ziel. Der Fuß selbst ist sehr locker. Und das Bein angenehm gestreckt. Ein und ausatmen. Nicht vergessen. Ganz wichtig für den Sit-ups. Okay. Up and down. Up and down. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Dann überkreuz dir die Hände. Zieh dich langsam hoch. Beide Beine sind aufgestellt. Wir kreisen mit den Händen weit nach hinten. Jetzt beide Beine. Am Boden lassen. Leicht die Arme beugen. So dass wir im Trizeps eine schöne Spannung führen. Wir nehmen wieder ein Bein heran. Wir fangen mit dem ersten Bein an. Und jetzt darf das Bein sanft nach oben klicken. Wenn du kannst, geh tiefer nach unten. Und streck wieder die Arme. Geh nach unten. Und streck die Arme. Muss nicht sein. Aber schön das schon. Hochdrücken. Nach unten. Ab. Nach unten. Ab. Nach unten. Ab. Nach unten. Nach unten. Und nochmal. Vier. Nach unten. Dreimal. Nach unten. Nach unten. Und absetzen. Wir setzen uns kurz gerade hin. Die Hände dürfen ganz leicht auslockern. Trotzdem nehmen wir unsere Hand um. Beine bleiben gestreckt. Wir ziehen die Arme langsam nach oben. Hoch die Arme. Nach unten. Und wieder nach unten. Mit einer schwimmenden Bewegung. Ganz lang die Arme. Und wenn die Arme nach vorne kommen, auch den Oberkörper bis hin nach unten. Jetzt ist mal eine kurze Zwischenpause, damit wir dann mit zweitseite genauso gut machen können. Und drei Mal die Arme. Zwei noch. Und ab. Nach links und down. Und die Hände ausschicken. Und wieder in die Tate-Pose. Jawohl. Fällt mir schön nach oben. Jetzt sind das andere Bein nach oben. Wir haben jetzt nur diese Bewegung. Wenn du kannst, auch den Trizeps mitnehmen. Du kannst auch gerne deinen eigenen Rhythmus finden. Ich habe meine Beine etwas schneller als die Arme. Weniger für den Trizeps machen. Das heißt aber nicht, dass es weniger anstrengend ist. Gut. Ab und down. Up and down. Up and down. Up and down. Achtmal. Auch schaffen wir. Sieben. Sechs. Fünf. Nur noch. Einmal. Dreimal. Zweimal. Und letztes Mal. Und letztes Mal. Wir gehen nochmal tief. Und Beine anstrengen. Jawohl. Jetzt ohne Hand. Die Arme nach oben ziehen. Und ein wenig nach vorbeugen. Mit den Füßen so kleine Gehbewegungen machen. Mit denen die Schultern lockern. Und den Arm lang machen. Kopf, Becken mit. Und wir lassen die Baume besen. Und die Schultern. Gut. Jawohl. Genug pausiert. Zeige uns an Polster. Aber noch nicht, dass wir uns hinlegen. Sondern. Wir werden heute mit den Füßen draufsteigen. Das heißt, du musst auf allen Fällen auch mit uns sein, dass du rutschen kannst. Ausgangsposition ist unser Liegestütz. Und dann zieh die Beine ran. Und wieder wegschieben. Ran ziehen und wegschieben. Ran ziehen, wegschieben. Ran ziehen, wegschieben. Wenn du gehst, kannst du auch die Bewegungen hingehen und drehen machen. Das ist schon etwas schwierig. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter wandeln. Ich mache da jetzt jedenfalls den Boden schon gut sauber. Und dann bleibe ich hier. Und Ende. Mein Polster mag ich nämlich nicht mehr. Ich hoffe, du hattest ein bisschen mehr Glück. Jedenfalls ist der Boden jetzt sauber. Der Polster muss zu Hause gewaschen werden. Gut. Zurück auf die Matte. Ähnen, sehr viel verstärken. Ein bisschen zu Atem kommen. Wir machen jetzt ähnlich wie wir es jetzt im Versuch gemacht haben. Im Rutschen geht dann im Trockentraining ein bisschen besser. Wir hängen jetzt in den Leitern vor, also in den Schultern, um in die Liegestütze zu kommen. Und jetzt ziehen wir unseren Opo nach hinten und wieder nach vor, Opo absenken. Nach hinten und vor. Zurück und vor. Zurückschieben. Vor. Und die Füße sind leicht geöffnet, genauso wie die Arme. Und die Beine bleiben aktiv. Ganz fest. Rauchknarbe nach innen ziehen. Starke Schultern, starke Hand. Beuge die Beine. Drück dich nach vor. Beziehst du es bei mir, dass ich mich wirklich schön nach vor in den Liegestütz hineindrücke. Noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Langs und die Beine absetzen. Jetzt einmal nach hinten setzen, um das Geschen ein bisschen zu lockern. Wir kommen zurück und dann wechseln in die Seitlage. Beide Beine sind leicht abgewickelt. Auch dabei nicht mehr. Du siehst, alles ganz gut. Die Zehenspitzen sind ganz entspannt. Hier acht drauf, dass du die Schultern nicht einsetzt, immer, sondern dich weit herausdrückst. Und der andere Arm ist zusammen weggeschränkt. Wir heben jetzt das obere Bein. Auch, dass das Knie nicht nach oben geht, sondern wir lassen das Bein parallel über den Bogen. Du siehst das Bein auch vor. Dann weit nach hinten. Und dann machen wir große Radfahrtbewegungen. Es ist jetzt das ganze Bein dabei, vor allem dort, wo du spürst, dass es sich dreht. Also der ganze Hüftgürtel. Und wenn das Bein nach hinten kommt, auch Gesäß. Schön nach hinten schieben. Vorkommen. Zurück und vor. Du kannst es auch folgen. Und vorziehen. Das Bein streckt. Einen Moment vor hinten. Gut. Weiß nach hinten. Okay. Gut. Yes. Je öfter die Bewegung, desto schöner die Muskulatur. Und noch achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Noch dreimal. Ganz weit nach hinten. Zweimal. Dann bleibt das Bein hinten. Du richtest dich ein bisschen auf. Das Bein schwebt in der Luft. Und jetzt wirklich, ich mache es hier vor. Das Bein schwebt hinter dir. Also es ist nichts vorne, so wie wir es kennen. Es ist wirklich weit hinten. Und das Bein ist schwer. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und das Bein heranziehen. Kurz hinein. Dehnen. Beide Arme nach oben. Lehne dich mal zur ersten Seite. Aufrichten. Und dann zur anderen Seite. Dort ist es schwer. Wir den Arm fallen lassen. Schön herausstrecken. Und dann machen wir die andere Seite. Wir wechseln. Bein. Bein abgelegt. Bein abgelegt. Abgestützt. Oberes Bein abheben. Bestrecken. Wir ziehen es nach hinten. Und machen auch hier eine schöne Radbewegung. Wir gehen nach hinten und noch vorschauen. Wir gehen nach dem Bein. Nachschauen. Keine Angst. Das kann man nicht verlassen. Einfach mal schauen. Wie lang dein Bein ist. Wie weit ist nach hinten. Wenn wir nach vorziehen, hier auf den Seiten des Bauch aktivieren. Hier kommt, wie wir uns jetzt den Gleitkant. Nach hinten, nach vor. Das Ganze in einer flüssigen Bewegung. Und noch achtmal. Sieben, sechs. Sehr schön. Und das untere Bein drückt gleich dagegen. Noch dreimal. Zwei noch. Jetzt kommt wieder der schwierigste Teil der ganzen Übung. Das Bein ganz weit nach hinten. Und wenn du willst, dich ein bisschen abstützen. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und das Bein anziehen. Und aufrichten. Im Hürden sitzen. Beine Arme nach oben. Zuerst zu einer leichteren Seite. Und dann hier spürst du schon, dass es ein bisschen schwieriger ist. Abfallen lassen. Und abstützen. Gut. Wir werden jetzt noch einmal wechseln. Gleiche Bewegung wie vorhin. Nur, dass wir jetzt mit den beiden Armen gestreckt sind. Schau, dass entweder die Füße übereinander bleiben oder es wird wahrscheinlich leichter sein, dass ein Bein vorne ist. Was du auch machen kannst, ist, dass das untere Bein sich quasi über das untere so drüber stellt. Ein einfacher Ausdruck gehen. Was für dich gut ist. Das erste, was wir machen werden, ist, dass wir diesen Teil hier nach oben pushen. Und dann wieder sanft abschließen. Ja? Arme sind ausgebreitet. Der link geht nach unten. Und wir drücken das Becken hoch. Der Daumen. Und wenn du kannst, so einen kleinen Kecken-Twist. Je nachdem wie deine Beine entweder übereinander sind. Einfach mal ausprobieren. Ja, ich habe diese Variante, die du vielleicht siehst, entdeckt für mich. Wenn du durch die Beine nicht wegrutschen. Ja, jetzt spüren das schon. Unter der Achselhöhle. Wippenmuskulatur. Und jetzt schiebe das Bein nochmal nach oben. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Noch viermal. Drei. Zwei. Zwei. Und dann halte. Und jetzt streck dich heraus. Wie immer ein schöner Seitangstöß. Alles angewickelt. Angespannt. Arme Beine teilen. Und allein ist es. Absetzen. Kurz die Beine ausschütteln. Zur Seite. Das ist gut. So. Wie mache ich das immer? Untere Beine. Und das. Wie immer. Wieso schön abstützen. Ein. Ausatmen. Und hoch. Und nicht mit dem Gesäß absetzen. Und hoch die Knie. Schön diesen Bogen machen. Damit sich die seitliche Rundmuskulatur aktiv beteiligen muss. Genau. Jetzt wird es langsam interessant. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und vier nach. Drei. Zwei. Eins. Und strecken. Jawohl. Gut. Zwei. Zwei. Abschenken. Beine. Beine. Ablegen. Oberkörper mal ganz leicht zur Seite schieben. Schulter der Beine ein bisschen lockern. Beine entspannen. Einmal den Kopf mitnehmen. Und den Becken kurz greifen. In die andere Richtung. Beine. Und die Rücken. Und die Rücken. Und die Rücken. Und die Rücken. angenehm spüren. Beine kommen jeweils zum äußeren Atmenrand. Geht einatmen. Und lebt beide Beine ab. Und wieder abschenken. Beide Beine hoch. Und abschenken. Zweige Beine hoch. Abschenken. Mit den Händen fest in den Boden hinein. Und abschenken. Hoch. Und abschenken. Hoch. Und abschenken. Drei Mal. Hoch. Und abschenken. Zwei. Und abschenken. Letztes Mal. Und abschenken. Jetzt komm mit deinen Armen ganz bald. Und wieder die Geschrecken gegen den Oberkörper. Und wieder abschenken. Geht den Händen ein bisschen näher heran. Enger werden. Und locken lassen. Hoch kommen. Locken lassen. Hoch kommen. Achte jetzt. Hoch kommen. Beim Tief gehen, muss die Beine anziehen. Hopp. Und locken. Hopp. Wir machen die Schaukel. Hopp. Und locken. Hopp. Hopp. Und locken. Hopp. Und locken. Hopp. Und locken. Noch vier Mal. Hopp. Locken. Hopp. Aufrichten. Seinmal noch. Aufrichten. Und dann bleib. Und beug die Beine. Setz dich Richtung Fersen. Schieb das Gesäß nach hinten. Und dann wechseln noch einmal. Beine zu liegen. Beine gut ausgestreckt. Die Arme lang. Lied dir deinen Kopf und den Beinen rausziehen. Strecken. Die Fersen sind weg von deinem Körper. Oberkörper. Lassen. Aufrichten. Wir bringen beide Hände ganz zart in den Hinterkopf. Stell dann die Füße auf. Und lass die Knie zusammen fallen. Mit den Füßen wirklich weit nach außen gehen. Und wir ziehen uns hoch. Und nach Sandeln. Bein lassen. Noch einmal hoch zu den Beinen schauen. Und bein lassen. Und hoch. Schulterblätter hoch. Fein lassen. Hochziehen. Und fein lassen. Die Arme nach oben. Und die Arme nach unten. Streck die Hände. Fleck die Hände. Und jetzt noch einmal hoch. Ganz entspannt. Wir sind schon so cool da. Und die Hände locker lassen. Hoch. Streck dich. Und noch einmal hoch. Hoch. Bewege deine Schultern. Und dann stell die Beine auf. Schließe deine Beine. Mit den Armen nach oben ziehen. Und wieder absinken. Alles noch. Ein bisschen Bauchkraft. Hochziehen. Und locker lassen. Und noch einmal hoch. Locker lassen. Noch einmal hoch. Schieb dich zurück. Zweimal. Mit den Beinen. Ab, ab. Und da und ab. Und da und ab. Und da und ab. Und da und ab. Und dann noch einmal hoch. Wir reiten. Die Hände nach vorne. Und ordentlich nach oben. Die Hände nach oben. Ohne ohne. Die Beine abheben. Die Beine ein bisschen weiter aus. Und die lassen sich einmal abholen. Und einmal hochziehen. Und nach hinten. In der Hände nach oben. Mit den Beinen am Boden. Und abholen. Und nochmal hoch schieben. Und jetzt zum Abschluss. Die Beine anheben. Lass sie abgelehnt werden. Wir bleiben hier. Du drehst aber die Beine zur einen und zur anderen Seite. Wir massieren unseren Popo. Von links nach rechts. Von links nach rechts. Und nochmal schön aus der Taille heraus. Die Hände gut mitnehmen. Gegengleiche Bewegung. Gut atmen. Und acht. Sieben. Dann gut schwingen Popo. Langsam so wie ich. Und dann hier zum Sitzbekommen. Vielleicht ein bisschen nachfällt. Genau. Und jetzt noch viermal. Einmal noch. Zweimal. Und wir sind da. Die Beine kurz verkreuzen. Dann mal tief ein- und auslärten. Oberpdorf reinlassen. Und die Schultern aufrichten. Wir nehmen beide Hände wieder kreuzen. Greif zu den Handflächen. Und dann schwingen. Und dann schwingen wir die Schultern auch rein. Genau. Inneinander. Und dann wechseln wir. Damit auch der andere Arm so ein bisschen auslasten kann. Locker die Schultern nach unten. Und dann schwingen. Unter die Hände. Fest ausbreiten. Und die Beine ausstrecken. Weit auseinanderziehen. Flex deine Füße. Flex deine Hände. Hebe die Fersen an. Tief einatmen. Und ausatmen. Und nochmal herausstrecken. ganz stark werden. Ganz weit in der Pusten mit Beinen. Arme nach oben ziehen. Länge zeugen. Und locker lassen. Letztes Mal nochmal weiter rausstecken. Zieh dich in die Länge. Arme nach oben. Ganz weit. Und mal langsam. Einrollen. Nimm deine Beine. Zieh sie zu dir heran. Ich nehme mir jetzt mein Kissen, was ich heute ein bisschen mal getiert habe. Ein bisschen experimentieren muss sein. Ja, 1x1 ist 1. Fit x 1 ist unabeschreiblich viel. Ich hoffe, nein, ich bin mir sicher, du hast auch ein bisschen geschwitzt. Solltest du alles mitgemacht haben. Und ja, ich freue mich schon sehr, 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 wenn wir uns wieder live sehen. Bis dahin. Mach es gut. Bleib fit im Kopf. Im Körper. Und vor allem auch im Herzen. Tschüss und Baba. Bis bald.